Musik 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 Ah, wie ging das? Wird nicht Aha Pst 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 Minecraft kann man ja auch in 3D zocken, Pst Ob man da auch die Grafik hatte dafür oder den Monitor? Pst 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 Du brauchst einen Wechselcode Nein, du brauchst die Brille Mehr nicht, gell Nein, du brauchst die Bild-Zeitung Wie macht man ein Ähm Ich muss mal kurz gucken nach einem App, wie ich das crafte Pst 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 papier tag hast du bist eklig ich weiß ein comparator was 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 ein comparator sag mal nein du hast gerade du kannst ein wiki nachschauen weil ich bin aufnahmen was ich ich bin ich der mit dem schlechtesten pc von euch guck du mal kurz im internet nach der herrschen eines comparators wollte man auch ein handy mein kopf eingeben da kam mineralwasser aus als minecraft wie schreibt man es comparator crafting also wenn ich mich nicht irre brauchst du drei fackeln was ihre drei runden und der mitte noch irgend so was weißes ach quatsch war das in der mitte links in der mitte brauchst du eine fackel rechts in der mitte und oben in der mitte und in der mitte kommt was was oben in der mitte und rechts in der mitte und in der mitte meines herrnz ich idiot habe verstärker geholt kein comparator was für ein stärker ich würde ja auch dort schlagen gegen schottland schluck mal in die dublesäcke ich bin mal boah der hat kann leute beleidigt die einfach nur ihr 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 leben nach nachmachen ja gerne was habe ich alter das hätte schöner das hätte schöner wenn ich spüren das hätte schöner wenn ich spüren du bist hitler du bist hitler i can get no sleep was was zeige ich euch mal wie man techno macht ein 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 alle meine elmschen schwimmen auf den seelen ein 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 nicht witzig hallo ich bin peter wie heißt du ich bin peter ein 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 ich habe kein lampchen ich brauche ein lampchen let me see your hands Guys hyper 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 und jetzt der lehmann i think i wanna marry you hast du gegen bruno mars gesagt ärger Deutschland gut, Deutschland gut. Hast du gerade was gegen Bruno Mars gesagt? Da möchte er einen Audilus oder du, okay. Fuck, das gibt es gar nicht mehr. Ich könnte hier den Plans versus Zombies installieren, dann könnte ich hier mein Baumhaus verteidigen. Ja, ich habe es richtig eingegeben. So, aber wie kann man jetzt was in den Command-Block eingeben, hat gesagt, man muss das jetzt irgendwie antippen neu oder sowas. Ich kann den Command-Block nicht. Null. Wer war denn das? Auf, auf, auf. Steht auf. Auf, auf. 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 Hallo? 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 tag noch jemand am leben nein ach scheiß was muss ich jetzt eingeben wenn dann schon den deutschen server nicht die deutschen server den deutschen server war ja auch extra so was die deutschen server ist alles braucht ich bin überrascht dass du gekommen bist aber okay bin gestimmt aber ich bin hier ein hacker hacker sind die checker der ist jetzt wieder so ein anfall hau nautilus was ich hab nicht angefangen ich habe alle gekickt alle damit alle was davon haben so jetzt sind wir fertig jetzt sind wir am punkt angekommen wo unsere blödheit uns wieder überramt hat so ist ein sehr erotisches baumhäuslein sebastian du bist so blöd ich war in der luft super toll jetzt weiß ich nicht wo meine sachen sind du schlaumeier geht immer nach bevor du was machst wenn die nie nach wenn ihm mal nach wenn wenn die deutschen wenn ihr mal nachdenken würde das gibt es doch nicht toll doch 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 was genau die lutzversion ist veraltet bitte ja ok komm jetzt reicht es aber mal das ist ja schon pervers was ist meine sernst was es bei den Sachen eine gute Frage ist meine sernst mich auch war es ernst meinst du es auch ernst super jetzt gehe ich hier rum und suche mir eine scheiß verschissenen Sachen ich habe die ganzen Redstone-Fuckteile dabei nix oder wer sucht sie denn die ganze Zeit holt sie holt die verkackten Rohstoffe die Bäckerei was müssen wir machen die Haltung Berlin Club hör auf die Hälfte davon wurde schon umgebracht ich hoffe die Tiere haben ein glückliches Leben dafür stehe ich mit meinem um wir schon waren fest sehr gut das ist nicht witzig so jetzt hat er mein Brustpanzer in der Wasserfall drunter hoher ist jetzt wird auch mein Essen jetzt habe ich kein Essen mehr auch immer wenn ich fliegen will weil Louis Meister die Alpazinverhagung jetzt suche ich doch meine Schaufel bist du schlafen wissen warum ich gelacht hab nein das wüsste ich das wüsste ich Kuchen schmeckt ja schon lustig hast Kuchen meins ernst meint ihr es auch ernst ja meins ernst mir ist auch mir auch ernst ach ja Doktor der Kuchen schmeckt lustig er schmeckt lustig ich bin behindert ich bin behindert er ist nicht verstanden hat ist wirklich behindert jetzt habe ich mich wieder schluckt leise ich spreche auf deutsch ich spreche auf deutsch ich spreche auf deutsch kurz i fix was was jetzt nochmal auf deutsch ein Glas Wasser bitte nochmal auf chinesisch grün hallo 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 jetzt auf chinesisch witte was was eine eine techno hi 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 i want to see your hands boah guck 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 der ist so dumm und hat doch die Rüstung an was ein Depp das ist guck der fliegt da mit der Rüstung ja guck 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 JAAA 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 Oh solltet sich den Outzagen Arnitz schleicht es sich schon wieder an pack den auf und steckt ihn rein eine Kreditkarte Das ist Gameboy Meines Ernst da draußen noch Holz ja das ist ja ein anderes Holz wer hat das ja kaputt gemacht wer wagt das ich nicht das ist ja ein anderes Holz weil ich hier aufgabe Ja Guck mal anstatt anstatt professionell aufzunehmen mach hier Quatsch, man wird auch so schlau Professionelle Scheiße, oh Ah da lacht er schon wieder Du hast mich vergewaltigt und das ist die Rache Du bist nicht mal gestorben also von daher Nein, es steht da unten im Fl- äh im Dings Wasserfall und kippt irgendein riesen Comet ein Pass auf, jetzt kommt es, jetzt kommt es gleich hier, pass auf Hallo Hätte ich wenig genommen, hätte es jetzt besser funktioniert, wären ich kein paar Ticken Loll, der erste Bug hier in 1.8 Sebastian, du machst es sehr erotisch, denn das erste Baumhaus hier in unserer, äh in und auf unserer Map und es ist sehr, 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 sehr erotisch, erotisch, es ist sehr erotisch Oh man, wie war dieser verkackte Komma, ich denke die ganze Zeit nach, wie hieß der denn? Kommt Löst bleibt hier so, wie hieß der Habe ich auch die alte Map, vielleicht, das steht ja normalerweise da drin? Ah, schon 19.06, ich hab keinen Bock auf den Morgen Bei mir ist es was anderes, ich musste das machen, wirklich aber nicht Weil ich hole mich jetzt schon abgefuckt hat Ach, das wird lustig, ich fände mich schon die NBS, ich spüre es schon Ich hab's im Urin Was sagst du noch, Leute? Ich hab's im Urin Ich hab's im Blut Ich hab's im Sperma, uh Nein Comment-Blöcke sind auf diesem Server nicht freigeschaltet Gut, Leute, ich sag einfach mal, wir bänden ab hier die Folge, weil ich muss sowieso erst die Comments raussuchen Ich weiß nicht, wie wir die heißen Und bis dahin sehen wir uns Tschüss Erst freunde Sagt nie tschüss, Hobbyzocker UnsMS Tschüss Auf Wiedersehen Vielen Dank Tschüss Bis zum guten Abend Tschüss Bis zum nächsten Mal.